Wir könnten ab dem 1.8. dort einziehen. Okay. Was sagst du? Ganz schön schnell, oder? Was meinst du damit? Ich glaube, ich kann jetzt erstmal nicht nach München ziehen. Gib mir ein schönes Tempo. 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 Das neue deutsche Nuts-Magazin. Tempo. Hass und Liebe. Sturm und Drang. Angst und Lust. I love Tempo.